So, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal Dabartumor. Das wird eine neue Rubrik erst mal zum Testweiser ein Letztest reingeschaut. Wen es interessiert, einfach angucken und probieren. Ich kenne das Spiel selber noch nicht. Und ja, schauen wir einfach mal ein. Dann gehen wir noch mal hin. Ah, toll. Alle sind englisch. Was müssen wir hier machen? Gut. Da können wir eine hinbauen. Okay. Ja, ist richtig. Ah ja. Okay. Ok, jetzt haben wir noch etwas gemacht. Ok, das war schon richtig. Ein Truck. Da habe ich dran. Der fährt. Ich habe so richtig verstanden, habe ich noch nicht, was ich hier mache. Nein. Er gratuliert uns schon. War das gar nicht so schlecht. Ok. Zunächst. War ja nicht zu spät. Ok. Ein Brücke. Brücke. Brille. Noch etwas anderes. Gut. Was will er denn jetzt wieder? Keine Ahnung. Gucken wir mal, was er hier von mir will. Eine Dracula. Erste. Er kommt noch einer anbaut. Ok. Ah. So. So. Muss ich den wegsprengen? Das soll keiner wissen. Das haben wir jetzt verstanden. So halbwegs. Ja, ist gut. Ich weiß wieso nicht, was du jetzt. Ja, fertig. Mit Gold. Ok. Was mache ich mit der Goldmine? Ok. 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 Ich weiss ... Egal. Kann der jetzt schon vor tierraren. Ich glaube ich. Okay, da lässt er uns nicht hin. Dann lässt er uns vielleicht jetzt da hin. Ja. Okay. Schick nochmal los. Gut. Jetzt habe ich das Ziel verstanden. Oh, halbwegs von dem Spiel. Wir müssen jetzt hier eine Brücke bauen und dann daraus fahren. Also Straße und dann daraus. Wenn er sonst nicht die Straße weg macht. Das heißt, wir müssen eben hier die Straße wegbomben, was er bei uns auch wieder macht. Gibt es da nicht. Schnell wieder ein hin. Denk die Straße wieder weg. Okay. Gut. Ist jetzt ein kurzweiliges Spiel. Denk ich mal. Das wird jetzt nicht allzu lang dauern. Das wird jetzt nicht allzu lang dauern. Okay. 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 Los hätte ich gesagt. Was passiert doch? Was passiert doch? das ist ja das ist ja so und jetzt achten ja ja so dass die kälte ist irgendwas von der freundschaft sie wird mit den nägel kümmer durch ihn schmeißen okay so schnell straße bauen Da, 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 so. Und dann... Ich schenke die gleiche Einlass. Dann Nägel. Schmeißen die da hin. Da. Die Straße kaputt. Dann schicken wir auch keiner mal wieder einen los. So. So, dann ist da die Straße kaputt. Da hätten wir noch eine Menge aufgeschmissen. Kann ich nicht? Kann ich. Dann geht er weg. So. Genau. Dann. Nägel hin. Straße kaputt. Yeah. Kann man den geschafft. Ist jetzt an sich nicht so das Spiel, was ich mir vorgestellt habe. Ja gut. Macht aber nichts. Ich glaube eine Runde werden wir in das Spiel. Ernsthaft. Ist gut jetzt hier. Wir brauchen schnell eine Bridge. Ist es denn? Äh, ja. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen hier lang. Dann schnell eine Strauße gebaut. Wie? Ja so. So. Dann hier schnell eine Brücke dazwischen. So. Und dann hier können wir eigentlich schon mal den losschicken. Wies. Warte mal. Warte mal. Jetzt pass auf. Obacht. Dann kann ich den hinstellen. Okay. Loll! Das ist ja... So, die Straße kaputt. Ja, nicht kaputt. Genau, so. Mal gucken, wie müssen wir denn eigentlich? Ich glaube, keine Ahnung. Was? Hab ich gewonnen. Cool. Yeah, nice. Also das ist echt ein Spiel für zwischendurch. Ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir erstmal auf. Wir hätten jetzt zwar noch 5 Level, aber ich glaube, die lassen wir erstmal. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr da weiter sehen wollt. Ob wir da noch weiterspielen. Kommt auf alle Fälle noch irgendwas anderes kommen. Denke ich mal. Und von daher, ich hoffe es hat euch gefallen. Über ein Abo und ein Darm hoch würde ich mich freuen. Bis die Tage. Ciao.